Äh, warte. Heldsames Fieber. Wow. Schlezt man das nicht mehr da? So, ja. Ja, mach ich hol dich gleich nochmal. Kein Problem. Aber ich glaube, das war's hier. Ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl. Was auch total mehr für dich ist, wenn du mich fragst. Weil, das wär ne recht kleine Mine. Aber ey, ist ja auch mal nett. Äh, mal keine, äh, Höhlentrolle und, äh, fleischlose, äh, Dinge. Willst du das schon wieder nicht haben? Versteh das nicht. Leer, leer, leer. Leer. Meine Laterne. Meine Laterne. Mein Mana-Pilz. Upsal, ne? Ähm, ja, und ich weiß auch, dass ich, äh, essenstechnisch da immer ziemlich viel verschwende. Das ist mir schon klar. Aber irgendwie... Will ich halt irgendwie, dass es schnell geht. Okay, aber hier scheint... Ne, da ist nichts. Ich mag das... Ich mag das in Festperson überhaupt nicht. Ach, die nimmst du, ja? Die ist dir gut genug. Du bist... Du bist... Also... Mh. Whatever. ... Ja, es gibt ja noch eine andere Richtung. Glaub ich, oder? Bin ich zumindest gerade der Meinung. Ja, ja, da runter geht's halt auch. Wir sind nicht zu früh, Freund, hier. Ja, genau. Erstmal... Ich will da jetzt aber nicht rein ins Wasser und das macht mich Angst. Hilfe. Ah, Gott. Ist wirklich nichts und auch kein, äh, Magnisten, Fieber, verstärkendes... Gewächs? Was war das? Wo ist? Meins? Ah, okay, da wollen wir halt mal tiefer da rein. Ich weiß, ich... Gewässer, also das... das ist nicht meins. Was ist drin? Ich bin's halt schon an. Und wieder hoch. Ich mag das nicht. Ich hab einfach voll den Schiss, dass da irgendwas ist. Das schien jetzt alles... Okay. Okay. Dann gehen wir wieder, Maffee. Lass uns gehen, lass uns gehen. Lass uns gehen. Okay. 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 Hey! Kurzer, kleiner Abstecher. Da bin ich natürlich zufrieden. Okay. Und... Und wir ignorieren den Weg, der da lang führt, auch wenn er noch so, äh, tempting ist. Wir laufen... Straight... In die Richtung, in die wir reden sollen. Baldrian Wurzel! Und, äh, Lauscher aufsperren, für den Fall, dass hier wieder irgendwo... ...Winwurzel wächst. Ja, das. Das Hangespringer kannst du auch noch wissen. Tapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptapptappt... Ah! Schatz, Hilfe! Skelett gegen Skelett. Oh! So schön. Haben wir gut gemacht. Teamwork. High five. Na ja. Irgendwann vielleicht. Egal, haben wir gut gemacht. Genau. RCS rennt ja die ganze Zeit. Also es ist ja wirklich zu 100% zu schnell wie es irgendwie geht. Aber ja, es ist irgendwie immer noch zu langsam. Aber hey, wir können irgendwann schon mal sprinten. Und warum auch immer das limitiert sein muss. Im Kampf verstehe ich es. Aber ich würde sagen, wenn man nicht im Kampf ist, sollte man so weit und schnell rennen. Wie man will. Aber naja. Und wenn man so weit ist. Habe ich jemanden quatschen hören? Äh, bilde ich es mir ein. Ne doch, da ist einer. Da ist einer. Äh. Aber auf der anderen Seite weiß ich doch auch nie zu 100% Is that even a human being? Ne, das ist ein Verlorener. Sorry, sorry. Oh, das sieht nicht so gut aus. Schatz. You can do it. Ah. Ich weiß, dass ich auch selber kämpfen kann. Das ist mir wohl schon klar. Es ist halt mehr eine Sache. Boah. Ich möchte nicht. Oh. 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 Ja, wie wäre es, wenn ihr nicht beide gleichzeitig kommt? Wie wäre das, hm? Wie wäre das? Ihr macht mir Angst. Es ist nicht sehr ladylike. Jetzt haben wir hier eingekesselt. Warum hat ihr das hingeklückt? Ach so, ich habe meine Waffe verloren. Ich frage mich gerade, warum ich nicht striken kann. Was sind die? Hä? Wo sind sie hinkern? Aha, hallo! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist immer noch da. Ich habe da jetzt beide platt gemacht. Excuse me? Und da hinten ist irgendwo noch einer. Okay. Ja, aber der ist da hinten! Irgendwo! Oh! Ich werde euch isst aus dir. Ach! Jetzt ist plötzlich alles wieder gut, ja. Jetzt willst du es gerade sprinten? Das ist irgendwie ein bisschen genau so wie vorher. Ich muss die Taste irgendwo anders hinlegen. Für unsere Special-fähigkeit. Da ist er. Na toll. Oh! Habt ihr euch gerade gegenseitig platt gemacht? Na, ihr seid ja drauf. Ihr seid ja drauf. Was ist denn da? Was ist denn da? Kann ich da hoch und dann bin ich da oben? Ich weiß nicht, ob ich das will. Gucken wir mal. Oh crap. Nee. Nee. So. Okay. Da brütet was. Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll ich denn da rankommen? Das ist doch nicht fair. Hä? Na super. Die Unhöhefläche. Okay. Wo genau sind wir gerade? Ah doch, da müssen wir hin. Alles gut. Wir machen alles richtig. Wir machen alles richtig. Also so. Sehen wir. Weil da hinten gibt's auch irgendwas. Aber. Ich bin eigentlich noch nicht fertig da unten. Okay. Das tun wir mal ein bisschen. Ich könnte jetzt gerade einen Schatz liegend nicht hier übersehen. Das geht natürlich gar nicht. Aber so ist es nicht da hinten. Geht's halt weiter zu irgendwo anders hin. Und wir möchten nicht irgendwo anders hin. Wir brauchen auch dringend irgendwas, was Lebenspunkte heilt. Muss ja nicht mal schnell sein, aber... Das ist halt... Oh man, ja! Blödes Vieh. Soll ich denn da rankommen? Das geht doch gar nicht. Ah. Ah, das ist ne Höhle, oder? Nachleucht. Ah, wir sind aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen. Mana. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt unbedingt hin will. Eigentlich nicht. Ja! Hallo! Was machst du denn hier draußen? Jaaasss. 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 Ich hab Bauern drin. Das ist mein Ei. Gib mir wenigstens das! Dämlichem Blaupmöwe, ey. Ah. Oh, es liegt noch eins. Nein? Okay. Na? Sind hier Menschen, oder... Jaaasss. Nicht so... Ah, sprechen wir erst mal. Wann wir hier schon mal? Nee, eigentlich nicht. Wohne dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Ah, schön, schön. Schön, schön. Das ist doch alles doof. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich hab gehört, wie ihr geredet habt. Hast du nicht. Ich hab in dem ganzen Spiel noch kein Wort gesagt. Hm? Die Leute liebe ich halt einfach nur hm machen. Hinbrechen will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass wir hier irgendwie doch schon mal her mussten. Wegen irgendwas. Okay, wir müssen in die andere Richtung. Wie auch immer das gehen soll. Ne, ernsthaft? Also, wie soll das hier lang? Ist das da ein richtiger? Was ist da irgendwie dann mehr zurück, oder? Ja, klar. Da fliegt noch so ein blödes Vieh. Schreitet wohl, verehrter Reisender. Ihr wisst dies vermutlich nicht. Aber unglücklicherweise befindet sich die Straße, auf der wir gerade stehen, im Besitz des ehrenwerten Messer Troppo. Und leider, leider, leider hat dieser höchstpersönlich angeordnet, dass ein jeder Wanderer einen kleinen Zoll bezahlen muss, damit wir die Straßen in gutem Zustand halten können. Seid also so gut und zahlt. Das erspart uns beiden den Ärger. Willst du mich verarschen? 250? Überzeugend, aber nicht überzeugend. Geht, bevor ich euch wehtue. Vergesst das. Oh ja, das tut sie. Glaub mir. Ich und meine Freunde können sehr überzeugend sein. Auf sie! Da! Auf sie! Ah! Ah! Warte! 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 Ah! Zwei gegen einer! Das ist nicht fair! Ah! Zwei gegen einer! Nicht gut! Nicht gut! Ihr meint das ernst! Na schön! Na! 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 Wo sind die andere? Dessert 50 gold. Seid ihr irre? Ja! Ja, ich höre sie aber ich sehe sie kaum. Dahinten ist einer, okay. Schịuats! Sen! Oh, schatz, lauf. Alles? Ja. Oh, schatz, lauf.